Hier bleib ich. Hier bleib ich. Hier bleib ich. Hier bleib ich. Die erste Mahlzeit. Das ist ja nicht wirklich ein Vorsicht. Onja, 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 Onja. Halt zu flessen! Onja, du musst warten. Wenn die was drüber lassen, läuft das hier. Die liegen da ja schon drin. Nein. Die schmitten der ganz schön mit rutschen. Oh, was sagt ihr? Lass sie gleich ablecken, ne? Ja, gleich! Ich sag ja, die haben Hunger. Die kriegen die mehr genug bei Onja. Lenni? Nein. Lenni sagt, ich geh oben rum. Hä, die sind aber ganz schön schnell mit Pferde. Die verteilen das ja auch mehr. aber sie fressen gut ich bin eingereicht nein, bleibs hier gib dem mal her hey, Papa, kann ich? nee, Jan ja, zehn Minuten, Jan hast du schon geübt, Jan? ja, hab ich vielleicht kommt nämlich Anna okay zehn Minuten, ich achte auf die Uhr du bleibs hier weißt du, was er geht? Sofjan? Minecraft komm mal mit Minecraft 164 Papa, ich glaube, du wirst ein Bad so so sieht's aus, wenn Wölfen das erste Mal fressen seine Pfoten lecken jetzt hat er unsere Socke da drin? ja jetzt kriegt er auch mal dunkle Pfoten nein jetzt kriegt er auch mal dunkle Pfoten ja ihr kleinen Mundsä voll die Sauerei ja, das glaube ich wenn du deine erste Malzeit sehr gut das ist übertrieben halbfeste ja das ist ja das ist ja der Vorfeldpfoten hat mir die Nummer komplett abgenommen ich als Geschäftsführer der Klassendien die in den Jungen die in den Jungen kann man auch so anders oder oder Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020